So! Da sind wir wieder! 2 Stunden 50! Juhu! Game one! Ja, constituie noch 10 Minuten! Die Demo ist vorbei! Ja. Mein Bart beiträgt zu deinem letzten Super-Into. Du Suggala. Ich... Suggala. Äh, wir müssen jetzt mit unseren Gefolgsleuten hier... ... oben die Leute verpumpeln lassen, richtig? Ach, stimmt, Alter. Baaarrr. Richtig. Jetzt muss ich bloß meine Leute finden. Warte, ist nicht er. Ach, kommt mit! Meine Schleger! Meine Lakaien des Bösen! Und danach gibt's Gangbang. Also... Ja, ja, klar, klar. Riiiip! Was? Ah, Hilfe! Meine Leute sterben! Ah! Ah! Ja, schau mal, dass die überhaupt nachlaufen. Ja! Ja, zwei davon sind unten. Ja! Ah, die sind Loops. Ah, jetzt auch ein neues. Ja, sehr. Das war bitte alle mit, ja? Wir haben alle nicht wirklich Lust auf das, was du vorhin gesagt hast. Wieso? Das ist doch ein schön fluffiges Eichhörnchen. Einen schönen großen, bruschigen Schwarz. Was denn? Ich sag da nur, was es ist, oder? Ja, 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 klar, klar. Äh, keine Ahnung, was da ein verdorbener Geist hier steht. Mein verdorbener Geist. Ja, Alter. Ein verdorbener Geist. Nein, überhaupt nicht. Mann, Mann, Mann. Sogar zweifarbig. Du trinkst schon wieder viel zu viel. Ich hab gerade erst angefangen. Und es reicht schon, ja, ja. Es reicht schon, ja, ja. Es reicht schon, so schlimm, ja? Ich sollte nicht so ins Mikro, ins Mikro brüllen. Seid ihr alle tot? Mann, ihr nehmt alle noch. Ah! Wer kommt mit? Warte noch, bis du reingest, bevor, bis deine Slaves kommen. So, ich lass jetzt nicht kommentieren. Was? Was? Eins, zwei, drei... Ich sehe nichts. Ach, das passt. Uah, ich seh nichts mehr. Ich auch nicht. Das reicht mir. Okay, Leute. Lass mich auf den ersten Puppen. Und dann, ich schau' alle. Der erste Puppe. Ja, du Stinger wenigstens wieder hoch. Das ist nett. Der ist mit dem großen Kroll. Ah, du! Stirrrrr! Naja... TOT! Alle umbringen! Aaaahhhh! So feige! In unseren LPs allerdings nixens Action, verstehst du? Das ist nicht so... wo hast du? So ein ZWEIKLASSIKER EMERO oder COLD MIRROR drecktes... Nein, ich schmarr... Entschuldigung! War nicht so gemeint... Das war... Ich bin... Ich weiss nicht, was in mich gefahren ist! Ich habe gesagt, keine Stinkern. Pass auf. Ähm, ich denke, du wirst irgendwie gut sein. Was, mit meinen Freunden hier? Okay, Leute, ich werde das nicht mehr machen. So, was hast du gesagt? Hm, du hast es nicht mehr als mein Kind der Leute. Okay, aber ich brauche das Passwort. Passwort? Leute, du weißt, was das Passwort ist? FIGESIAAA. Genau. FALICIO? Nein, nein, nein. FIGESIAAA. Fidelio? Hm? Wie du das wissen? Ich weiß alles, ich bin der König. Ach, ich werde. Du hast nicht gesehen, die Prologue? Oh, nichts. Kannst du in? Ja. Let's have some fun. Ah, das wird jetzt auch schön da drin. Ja, wie geht mich an? Ich bin euer Gott. Ich bin euer Gott. Schieben. Ja, weißt du, was man da drauf schieben? Schokolade. Nein. Da könnte ich jetzt was sehr Böses sagen. Nein, sagst du nicht. Aber ich glaube, danach habe ich kein gutes Leben mehr. Nee, weil dann hört es nämlich die Frau, was du sagst, ne? Ja. So. Ich glaube, die hauen mich jetzt auch, wenn ich an dem vorbei rollen will damit. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, wenn du rollst, kannst du mir ja den Schlauch geben. Drück dir mal den Schlauch in die Hand. Ist richtig warm. Natürlich. Ich habe ihn doch die ganze Zeit in der Hand gehabt. Was denn? Ja, ja, nee, nee. Ich musste nur lachen, weil ich die Musik zu lustig finde. Genau. Ja, ich auch. Ach, wir sind so schlimm. Boobydance. Ja, was willst du von mir? Geh weg, du blöder Hut. Ach so, der fass. Der will, der tanzt nicht an. Der will was von dir. Rock hard, was? Leider, ich könnte jetzt wieder was sagen, was ich unten will. Das lassen wir. Ja. Wir haben schon genug in diesem Video gemacht. Ein bisschen weiser, sonst ist er das ein großes Echo. So, und jetzt müssen wir was unternehmen. Was ich nicht gerne tue. Was dann auch nichts im echten Leben. Was dringt? Ja. Weil genau das, was der jetzt macht, passiert mir jedes Mal in der Bar. Ja, ich stehe hier zur Tanzfläche. Rennen ein bisschen schneller. Jetzt, ja. Uuuuh. Und dann ruhe ich mein, 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 mein klein Freund raus. Ein Pickel-Alarm. Na? Okay, soll ich da dann eher um? Ah, nee, komm. Warte, was denn? Was hast du einen Druck auf deinem? Das ist ja ein Stein. Ja, ja, ja. So, das Problematische ist jetzt, ne? Wie viel musst du reinhauen? Alle drei Dinger muss ich jetzt rein. Da ist jetzt der. Also die mit den Buben, nicht mehr? Mann, ich muss mich jetzt sogar erst mal heilen. Ah, immer nicht so süd-und-her-gerennen, das Licht so auf. Vor allem, wenn man Stammt nebenbei, aber, was soll's. Ich soll zum, reißen. Na. Ich hoffe, das war jedes Mal. Nein, das ist ja. Zeig bloß, ich darf jetzt komplett hier rumlaufen. Oh, nö. Ja, ist gut, Kanker. Habe den Kopf weg. Äh, es dauert Minuten, bis ich da auf deiner Seite bin. Was hast du denn für den Tabak? Bergermeister. Ah, okay. Sieger, das stimmt. Ich konnte es nicht wirklich ausmachen. So. Besprennen kann ich es auch nicht. Juhu. Gut, und jetzt muss er nämlich den Stein, glaube ich, weiterrollen. Ja, sehr schön. Was wäre jetzt, wenn ich keine Energie mehr gehabt hätte? Gut. Der Greg wiedergekommen. Aber da musst du aufpassen. Mit den Buben? Ja, deswegen. Ja, das war klar. Ja, die geht schon freiwillig. Das ist sehr nett. So. Ja, hoch. So. Ah, jetzt kommen wir mit einer Beine auch noch rein. So. Komm ich jetzt auf den Liefen. Dann müssen wir mit der Laufel. Ja. Gut. Und dann eine Chocolata-Burg. Ja. Schon gesehen. Schon wieder. Noch zwei Stück. Oh. Magst du an den Rings? Die Steuerung liegt da bloß so extrem hoch. Das ist der Wahnsinn. Wie in der Mühle, wenn der Daniel und seine Sande ist ganz knackig. So. Jetzt riecht du deinen Schatzpappen weg. Nein. Falsche riecht du. Oh, nein. In die Fresse. Nochmal. Aber der kann schon noch. Komm rein mit dir. Ja, ja. Das war ein Kram. Na komm, das ist doch nicht der Ernst, oder? Ja, dann. Nein, 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 nein. Nein. Deswegen hasse ich die Stelle, weil ich mache zuerst den, der scheint einfacher zu sein. Ja, ja. Nur dieses Hin und Herren, das finde ich jetzt, da muss ich sagen, designtechnisch etwas sinnlos. Vor allem auch, weil man auf der Seite hochkommt. Aber wenigstens kann man es überspringen. Ja. So. Auf den Neus. Japp, 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 japp. Jetzt ziehen wir uns erst den anderen. Ich will da keinen ganzen Partner mit verbraten, hier die Leute durch die Gegend zu bringen. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich in die Rockfahrprodukte gehe, probiere ich das auch mal. Wenn die Leute anfangen. Ja, um zu versuchen, sie rumzurollen. Das müsst ihr mir vorstellen, der tanzt, ne? Wow. Ja, was denn? Du hast aber gar nichts gemacht. Das ist jetzt auch unfair. Das ist jetzt echt für mich, ja. Ja. Nein. Oh, komme. Ich will aber, dass das jetzt direkt davor steht. Genau. Noch kann Kocke. Visieren. Aus dem Anlauf. Das ist so assig. Jetzt ist er fertig. Super. Ich will das über vorne nochmal hauen, aber ich muss jetzt gar nicht weiterpacken. Okay, Mann. Schauen wir jetzt wieder zurück. Batschen. Nee, das definiert mich jetzt gerade echt. Das ist ver... Blöd. Ja, du hast gerade drei Minuten. Nee, das ist echt... Kann fünf Minuten dauern, das für nur eine halbe Stunde dauern. Mit so einer Not schneiden wir einfach was raus. Ja. Also da lasst euch mal drauf gefasst sein. Notfalls schneiden wir. Weil viel wird nicht passieren außerdem. Stell dich halt unmittelbar davor. Ja, dann haut er gleich zu. Achso. Der haut jetzt schon zu. Das ist immer das Problem. Jetzt steht die doofen Nuster im Weg, verstehst? Das ist Ape ohne Mist. Was soll die dumme... Oh, halleluja. Halleluja. Ja, doch, ich bin ab jetzt reden. So, wir sind wieder da. Oh, das war so eine letzte Spur. Oh, das war so eine letzte Spur. Oh, well. Aber... Jetzt ist es nicht fertig. Ich denke, es ist Zeit, um diesen Ort zu gehen. Wir werden die besten zu sehen. Okay. Somebody get me! Ach, das Geld noch. Natürlich hole ich das Geld noch. Oh, ah. Hey, I'm here. Hurry up. Pick me up, shithead. Pick me up, shithead. Dach vor. Get back on both of. Here we come. Yay! Ich liebe das, wie es ein Geld wegfliegen. Ja. Jetzt bin ich wieder beruhigt. Ich habe mich während der Auszeit extrem aufgeregt, weil es echt... Ah, ich... Das war auch eine nervige Stelle, das muss man echt sagen. So. Ich liebe das. Huh? Woher d'you think you're going with that? Huh? The money. Oh. Uh, I'm following her. I don't think so. I think you need to see. Boss. Okay. Okay. nine. Yeah. It's, it's. Bye. Bye.